Gibt es einen Schalter für die Bremslichter? Hä, what? Also normalerweise gehen die ja an, wenn ich auf die Bremse trete, oder? War zumindest bei meinem Fahrschulauto so. Jetzt frage ich mich, ob das bei meinem Auto auch so ist oder ob ich was drücken muss. Sehe das ja nicht, ob es geht, wenn ich im Auto sitze. Wenn du die Bremse drückst, gehen die Lichter automatisch an. Alles andere wäre total dumm. Und wie checke ich dann, ob die gehen, wenn ich das Pedal drücken muss? Äh, fahr rückwärts gegen etwas, das spiegelt oder frag halt jemanden. Mann, Miri, das ist doch nicht so schwer. Eine Stunde später. Wo kann man günstig Lack und Delle reparieren lassen? Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Hab Gang raus und einen Stein aufs Pedal gelegt und wollte Lichter checken. Aber der Stein hat sich gelöst und ist rückwärts gegen die Mauer. Ein normaler Mensch hätte doch die Handbremse angezogen. Und? Funktioniert das Bremslicht? Haltet einfach die Klappe.